ne hexer was machen wir dann da dunkler ton oder wie du möchtest ich mache erstmal den klassiker bei furchtbar hässliche farben um zu sehen was was das 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 An der Hexer kann man kaum was machen, sehe ich gerade. An der Hexer kann man kaum was machen, sehe ich gerade. An der Hexer kann man kaum was machen, sehe ich gerade. An der Hexer kann man kaum was machen, sehe ich gerade. An der Hexer kann man kaum was machen, sehe ich gerade. An der Hexer kann man kaum was machen, sehe ich gerade. An der Hexer kann man kaum was machen, sehe ich gerade nicht. mit welchen das jetzt da das rote aber auch das schwarze war nicht schlecht ich guck mal du auch an der hexa konnte jetzt nur die farbe ändern und die plakette und andere felgen drauf hat auch was wenn dieses amerikaner patina nimmt und guckst dass das patina vielleicht noch auf die gabel drauf krieg schon offen und es geht nicht auf livery ist nur für die hauptteile die kriegst du nicht auf rahmen ja aber du kriegst sonst und ich mein so ein vergammeltes roten als farbe wenn er eine idee das bei der hexa grad gar nichts gegen und wird brauche ich dann als vier farbdosen primär sekundär per reifen plakette 456 das ruht ja und bei livery ist normal nie dann passt es gar nicht ein helleres rot das ist dark red oder nee das ist mit äh garni rot schau mal nach torino red oder formula red heißt das meine ich das ist hell das ist ein bisschen dunkel noch mal laba 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 gibt mir richtung auswürzt passen oder kreis das ist garni das ist sunset nee das geht so ins orange rein mittlerweile ja und weinrot kannst du vergessen das ist komplett candy red gibt es noch das ist das ja das schon so ein pinkes ich hätte eher das das zweite rot was hatte das formula das lava ne äh äh formula und und torino 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 der formel ja und dann das dunklere das da und dann mit dem pearl effekt auf äh froschweiß oder eisweiß oder blau wäre auch noch eine option dark blue das ist dark blue das ist blue ne kommando zurück den pearl effekt übernimmt er nur am blech und am tag da muss dann ich guck mal ob ich die reifen noch ändern kann hast du eins fertig ja ich konnte nur die farben ändern und die reifen da ging gar nichts auch im öl tank oder auspuff oder so ganz speziell die hexa wieder wusste ich aber auch nicht mehr du hast jetzt noch den pearl drauf gar ja ich würde fast bei den bobber bleiben so wenn hinten hast mit dem weisband und du nimmst den vorne machst dann aber ein reifen auf auf froschweiß eisweiß dass der komplett weiß wird und 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 12 spoiler verdammte scheiße oder in chrom wo hat die chrome vorne an der gabel an dem dreieck guck mal auf der anderen seite die kette ist definitiv den riemen sichtbar lassen was noch machen musst du musst noch an dem pearl dran das blau drin weil es sieht jetzt fast lila aus unten schon am rahmen durch den pearl je nachdem wie man drauf schaut das ist jetzt eisweiß eisweiß jetzt entdeck zwar schon schutzfläche vorne ja so kurz ich würde es einfacher nehmen das sieht noch am besten aus bei dir das ist der öltank der öltank muss ich auf die anderen seite moment nee der ist auf der wo ich bin unterm sitz bei meinem hintern ja nur sehe ich von der seite besser der standard sieht aber gut aus der der sternchen oben der standard des sternchen genau das ist so ein kaschner der ist nur schwarz den will ich nicht naja der ist so schwarz chromisch wird den standard verschlossen aufgrund der des sterns und sonst kommt der luftfilter ich würde die nehmen oder den den spitzen oder den anderen spitzen das wird eher passend bei jahre ja weil es übertreiben nee 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 das passt das war also auf keinen fall das mit dem band hat das ist ja der geht auch noch ich würde kurz nach unten nehmen der da das ist der sattel ich würde hinten dass das blech sie ist ist zwar ein einsatz aber trotzdem ich gehe nochmal zurück da war einer der war ziemlich klein nochmal weiter langsam der das ist einfach nur so ein dünnes brett das sieht man nämlich unten auch mehr vom öltank so was gibt es jetzt noch schaltung meine seite ach ja da jetzt die granate passt glaube ich noch ja die granate scheiße scheiße jetzt kommt der tank das muss was wuchtiges sein das ist der buchtigste was ist ja der passt auch am besten finde ich roten motorblock oder was geht noch das weil wenn er verchromt ist schau mal das passt zum auspuff das passt zum luftfilter ich würde den faschchen chrom lassen und das ist rot das ist chrom chrom das passt unten zur zur abdeckung es passt hinten zum auspuff ähm die felgen gefallen mir nicht ich sag's doch was ist die felgen ja da müssen wir nochmal gucken da müsste es welche geben die heißen und mal die oder irgendwas mit b könnten passen das ist alles zu modern das hat was guck mal ja das sind spinnenweben mehr ich würde sie an weiß nehmen die hamburg das noch hinten drauf genau ja 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 ich müsste alles haben Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Achso, yo, scheiße Achso, das Tuning muss man auch noch, gell? Leistung ist scheiße. Nee, das braucht man ja nicht, oder? Oh, ist jetzt gemacht. Ach, das geht ja noch von hier. Achso, ach, Geißkoks, man. Ich habe überall nur drei wie gehabt. Ich habe überall nur drei wie gesagt. Achso, ich habe überall aber auch drei wie gesagt. Achso, ich habe überall nur drei wie gesagt. Ich habe überall nur drei wie gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da steht noch was. Komm mal, Musik an, oder? Ich bin noch nicht fertig.